Aus meiner Sicht macht der Lukas seinen Job deswegen so gut, weil er das Zusammenführende vor das Trennende stellt. Ich treffe ihn regelmäßig und daher weiß ich, er ist ein glühender Europäer. Und zum Zweiten ist er jemand, der gerne bei den Menschen ist. In Zeiten eines möglichen Rechtsrucks in Europa ist es gut, einen christlichen Menschen und Politiker wie Lukas Mandl zu haben, der sich stark macht. Für ein starkes Europa nach außen und viel Freiheit und Nachhaltigkeit im Inneren. Von Seiten des Abgeordneten Lukas Mandl ein wichtiges Anliegen, im Gespräch mit der Bürgerin oder mit dem Bürger zu sein. Ich habe Lukas Mandl in diesem letzten Jahr im Europäischen Parlament mehrfach erlebt. In seinem Einsatz für die Familien, aber auch in seinem Einsatz für süd- und osteuropäische Staaten. Wenn ich an die Stärken von Lukas Mandl denke, dann sticht eine ganz besonders hervor. Und zwar seine Bürgernähe. Ich teile die Meinung von Lukas Mandl von einem starken Europa nach außen hin und Freiheiten nach innen. Lukas Mandl ist ein European with Austrian Heart. Lukas hat sich bewiesen und ausgewiesen. Ein authentischer und aufrichtiger Vollblutpolitiker. Lukas hat Achtung und Respekt vor allen und vor allem. Er setzt sich für alle Menschen ein. Ich glaube, er wird uns in Europa gut tun. Er tut Österreich gut. Ich bin sehr froh darüber, dass wir mit Lukas Mandl einen Abgeordneten haben, der uns in so wichtigen Themen in der EU vertritt und es mit seinem großen Einsatz geschafft hat, die Richtlinie dahingehend zu ändern, dass es für die kleinen Wasserversorger bei einer Qualitätskontrolle bleibt. Olymp des Parlamentarismus ohne Klubzwang ist genau ein Ort oder der Ort, wo ich mir den Lukas am besten vorstellen kann und wo er seine Fähigkeiten ganz großartig einführen kann. Lukas ist jetzt ein Jahr im Europäischen Parlament und ich erlebe ihn seither absolut souverän. Ich begrüße Sie für Ihr hartes Arbeit während des letzten Jahres. Ihr seid bereit, um hart zu arbeiten, um unsere Bürger zu arbeiten. Lukas Mandl macht seine Bereitschaft zum Gehen der sogenannten Extrameile, meiner Meinung nach, zu einem guten Vertreter Österreichs in Brüssel. Denn nicht nur die parlamentarische Arbeit, die er gut bewältigt, ist eines seiner Pluspunkte, sondern auch seine Bereitschaft, diese Arbeit in Österreich, in seiner Heimat auch zu vertreten und hier mit Bürgern Menschen ins Gespräch zu treten. Menschen, die in jedem Moment reflektiert auftauchen und ihr Bestes geben. Lukas Mandl ist so ein Mensch. Denn er ist immer sehr, sehr informiert und vertritt, glaube ich, das sagen zu können, auch seinen Wahlkreis, seine Heimat hier im Europäischen Parlament hervorragend. Ich habe Lukas Mandl in seiner Arbeit als eine sehr wertschätzende und sehr zukunftsorientierte Person erlebt. Ich hoffe sehr, dass Lukas Mandl Österreich noch lange mit seiner wertvollen Arbeit im Europaparlament vertreten wird können. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020